Dem Lkw-Fahrer aus Stralsund, der einen Klimaaktivisten mit seinem Lkw vermutlich etwas nach vorne geschoben hat, droht jetzt sogar lebenslanger Führerscheinentzug, falls die Staatsanwaltschaft im nächsten Monat, September, damit durchkommen sollte. Damit moin zusammen, namens Olli, wenn du neu bist, lass gerne ein Abo da. Wir gucken uns die aktuelle Situation um diesen Vorfall in Stralsund ganz genau an. Jetzt sehen wir das Ganze nochmal in einem Artikel beim NDR vom 14. Juli. Also das Ganze ist jetzt wirklich ziemlich genau einen Monat her, dass das Ganze passiert ist. Und um euch nochmal abzuholen, wer die Situation, ich denke die meisten haben es mitbekommen, aber vielleicht der andere oder andere doch nicht mehr so auf dem Schirm. Die Kandidaten, die hier sitzen, haben die Straße blockiert. So wie man es von den Aktivisten mittlerweile kennt und in Deutschland ja auch nahezu toleriert wird, habe ich das Gefühl. Denn wo sind denn die großen, ordentlichen Strafen gegen diese Straftaten? Wenn es denn welche sind, meiner Meinung nach fehlen die einfach. So und dann sehen wir nämlich hier den großen LKW und der Mann war zuständig für das Fahren von einer speziellen Firma, die dafür zuständig ist, nämlich für Krankenhäuser wichtige Gase beispielsweise zu liefern. Das war eine spezielle Konzern Air Liquide und die haben dann hier verschiedenste Gase und alle möglichen Sachen, die halt auch im Krankenhaus benötigt werden. Argon zum Beispiel, O2, Sauerstoff und so weiter, andere Spezialgase, alles mögliche, also wirklich ein spezialisiertes Unternehmen. Und er hatte einen Sinn, er hatte einen Zweck. Aber ich finde es auch schade, dass man mit solch einer Argumentation überhaupt erst anfangen muss zu rechtfertigen, dass der Mann genötigt wurde, dass er seiner Freiheit beraubt wurde, in Anführungsstrichen. Und insofern, dass er dort nicht durchfahren konnte, dass gegebenenfalls auch ein Rettungsfahrzeug blockiert wurde. Darüber wird natürlich auch wenig bis selten gesprochen. Wir haben davon ja schon mitbekommen, wie sich verschiedene dieser Kandidaten dazu geäußert haben. Ja, das müssen wir ja in Kauf nehmen. Es geht ja ums Klima. Es geht ja um die Rettung der Welt. Und das kannst du ja nicht mehr ausdenken. Das Ganze ging dann so weiter, dass er ausgestiegen ist, einem Kandidaten versucht hat wegzuräumen. Hat nicht geklappt. Den anderen hat er dann auf den Bürgerscheid geräumt, drehte sich mit seinem Rücken zu ihm, konnte also nicht mehr sehen, ob der zurückgekommen ist auf die Straße, was dieser eben gemacht hat. So habe ich die Situation wahrgenommen und hat dann noch mit der Faust dem anderen Kandidaten gedroht. Hat dann, nachdem er ins Fahrzeug eingestiegen ist, komplett rechts eingelenkt, um den linken Kandidaten nicht zu überfahren oder anzufahren. Dachte, so nehme ich an, immer noch der andere, der auf der rechten Seite vor seinem Fahrzeug saß, der Kandidat sitzt auf dem Bürgersteig und wollte dann daran vorbeifahren. Schob ihn und direkt, sobald einige Leute geschehen haben, Moment, halt, stopp, da sitzt einer oder ähnliches, hat er auch direkt angehalten. Das ist die Situation, wie ich sie wahrgenommen habe. Und jetzt wird ihm von der Staatsanwaltschaft ganz klar vorgeworfen, das geht so nicht. Du bist jetzt raus aus dem Lkw-Fahrerleben. Nein, ernsthaft Leute, denn es heißt hier, wir sehen es in einem aktuellen NDR-Artikel vom 14., Da steht ja gar kein Datum bei, egal. Ist auf jeden Fall erst ein paar Tage alt. Nach Klimaprotesten, Lkw-Fahrer droht lebenslanger Führerscheinentzug. Und das geht nämlich zurück auf die Staatsanwaltschaft in Kloppenberg. Und die müssen natürlich gucken, sind diese und jene Sachen erfüllt, dann kann man diesen, ich sag mal, in Anführungsstrichen Antrag stellen bei Gericht, dass dieser Vorwurf gilt. Und genau das soll voraussichtlich im September stattfinden, dass nämlich er absolut unfähig dafür wäre und es zu gefährlich wäre, ihm seinen Führerschein wiederzugeben, den er ja respektive abgegeben hatte, auf freiwilligen Basis, so wie man in der Presse gelesen hat. Nebenbei gesagt, er hat ja auch seinen Job verloren. Er darf nicht mehr bei dieser Firma oder für diese Logistikfirma, die wiederum für Air Liquide gefahren ist, fahren. Ist auch ein herber, herber Einschnitt. Hat verschiedene Jobangebote bekommen. Ohne gültige Fahrerlaubnis konnte er die natürlich nicht annehmen. Was macht der Mann seit einem Monat? Beurlaubt oder halt komplett direkt entlassen? Ich weiß es nicht, kann es euch nicht genau sagen. Die Tagesschau hat ebenfalls darüber berichtet und da sehen wir das Ganze nämlich auch nochmal hier in einer Aussage von der Staatsanwaltschaft. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft Stralsund habe das Verhalten des 41-Jährigen Mitte Juli gezeigt, dass er zum Führen eines Fahrzeuges nicht in der Lage sei. Damals hatten Klimaaktivisten der letzten Generation den Verkehr in der Hansestadt blockiert, ist nett ausgedrückt, um für den Schutz des Klimas zu protestieren. Dabei soll der Lkw-Fahrer einen der Klimaaktivisten mit seinem tonnenschweren Fahrzeug vor sich her geschoben haben. Im September könnte die Staatsanwaltschaft Anklage heben. Und weiterhin, falls ihr da irgendwie als Passanten oder ähnliches dabei gewesen seid und habt ein Video, die Staatsanwaltschaft sucht aktuell noch weitere Beweise, was denn ganz genau vorgelegen hat und wie auch mit den Klimakandidaten vorzugehen ist. Denn überlegt doch mal, nehmt mal an, ich würde jetzt mit Fahrrad, ihr wisst ja, ich fahre ja ganz gerne E-Bike, mal hier ein bisschen durch die Wälder und so, und jetzt würde ich über eine rote Ampel fahren. Nehmen wir mal dieses Beispiel. Ich würde es bewusst machen, würde dabei vielleicht noch irgendjemand anderes gefährden oder sonst was mit dem Fahrrad natürlich immer ein bisschen schwierig. Aber nehmen wir das einfach mal an, das würde dann so ausgelegt. Oder ich würde es fünfmal machen, würde fünfmal bei der roten Ampelüberquerung erwischt. Ich würde Punkte dafür bekommen. Ich würde irgendwann vielleicht meine Fahreignung verlieren. Ich setze mich in Deutschland mehrfach auf die Straße. Ich bin im Sitz einer gültigen Fahrerlaubnis für ein Auto. Ich setze mich mehrfach auf die Straße, um das Klima zu schützen, um zu verhindern, dass dort Leute weiterfahren können, um für meine Intention Aufmerksamkeit zu bekommen. Ja, ich gebe keinen Führerschein ab. Ist das gerecht? Macht das Sinn, wo ich auf der einen Seite doch ebenso die Gefahr oder das Risiko in Kauf nehme, dass ein Rettungswagen beispielsweise nicht durchkommt? Das ist schon ein sehr, sehr starkes Stück. Die Staatsanwaltschaft äußert sich bezüglich der Kandidaten in Stahlsund dann speziell auch noch so, dass sie sagen, ja, man muss genau gucken. Das ist immer wieder eine ganz genaue Entscheidung, ob das wirklich Nötigung war, die da vorlag. Ja oder nein? Waren die wirklich festgeklebt? Wie viel haben sie blockiert? Und so alles mögliche. Also ich habe einfach das Gefühl, es wird der Fokus hier komplett falsch gesetzt. Leute, wir haben ein ganz, ganz großes Problem. Generell will ich nochmal darauf hinweisen bezüglich Lkw-Fahrer, dass wir viel zu wenige davon in Deutschland haben. Und jetzt macht man es dem Mann auch noch sehr, sehr schwer, wenn es hier heißt. Die 30. Mai war das diesen Jahres. Ich hatte mal ein Special-Video drüben im Olli-Rede-Kanal dazu gemacht. Deutsche Speditionen ausgebremst. Etwa 100.000 Lkw-Fahrer fehlen in Deutschland. Viele Speditionen würden gerne Fahrer aus sogenannten Drittstaaten wie der Ukraine einstellen. Doch anders als in anderen EU-Ländern stehen Vorschriften dem im Weg. Ach, Surprise, Surprise. Es gibt ja wieder mal zu viele und schwachsinnige Vorschriften in Deutschland. Und Bürokratie, das ist was ganz Neues. Das kennen wir ja so noch gar nicht. Aber das ist doch die Realität, dass der Beruf des Lkw-Fahrers, und ich weiß, einige Brummifahrer, Grüße auf die Straße gehen raus an euch, gucken ja hier zu, haben in den 80ern richtig gutes, ehrliches Geld verdient für eine tolle Arbeit. Heute ist das doch Lohndumping, muss man es doch ausdrücken. Was mit euch gemacht wird, ist doch wirklich eine absolut bodenlose Frechheit. Und es gibt auch keinerlei gesellschaftliche Anerkennung, was ich immer so persönlich daran schlimm finde. Wisst ihr, wie oft ist es so? Klar, so ein Elefantenrennen, wie man so schön sagt, der Lkw ist auf der Autobahn, da hat keiner Bock drauf. Aber man muss es meiner Meinung nach wirklich akzeptieren und tolerieren. Denn warum macht man das? Fahrt mal ihr mit dem Auto privat wirklich nur 5 kmh schneller als jemand vor euch. So eine lahme Tröntüte, die da fährt. Und dann fahrt mal wirklich einen Kilometer oder zwei mit 5 kmh einfach Differenzgeschwindigkeit, die ihr schneller fahren könntet, dahinterher. Das macht sehr, sehr viel aus. Das ist wirklich nervig. Und so kann ich die Lkw-Fahrer verstehen. Besonders unter welchem Zeitdruck sie auch stehen. Von den erwartenden Firmen, wo sie liefern müssen. Und genauso die Spedition, der Chef, der denen in den Ohren hängt. Du musst pünktlich kommen, sonst geht's hier Haltabzug. Ich kenne das alles. Ich habe einen Bekannten, beziehungsweise sogar enge Familie, der als Fahrer mit kleineren Fahrzeugen, wer das kennt, VW LT 36, 35, ich weiß nicht mehr genau, wie die Modellbezeichnung war, auf jeden Fall LT-Bus unterwegs war. Und das ist ein harter Knochenjob, definitiv. Und der wird nicht fair honoriert. Fair in der Anerkennung, wie gerade eben geschildert, genauso wie auch finanziell. Und auf die Anerkennung nochmal zurückzukommen. Die Leute, die dann dicht auffahren hinter die Lkw, die gerade im Überholen sind, Lichthupe geben oder sogar richtig hupen, das sind doch die Leute, die es am bequemsten mögen im Supermarkt, wenn die Lieferung pünktlich angekommen ist. Aber die machen sich offensichtlich keine Gedanken darüber, wer und wie das überhaupt geliefert wird. Und das finde ich wirklich sehr, sehr schade. Zurück zu kommen auf den Lkw. Hey Fahrer, ich bin gespannt, was da im September passieren wird. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass da was passiert. Vielleicht wird da auch eine Sperre von einem Jahr oder ähnlichem für seinen Führerschein bekommen. Wird eine MPU, also eine medizinisch-psychologische Untersuchung machen müssen. Und die sind halt wirklich sehr, sehr, sehr schwierig auch zu bestehen. Ich bin gespannt drauf. Ich halte euch im Laufenden. Schreibt eure Meinung dazu gerne in die Kommentare rein. Abonniert den Kanal, wenn ihr neu seid. Bis zum nächsten und ciao.